hi leute jetzt mal ein neues video diesmal nicht vom berg sondern von zu hause es hat sich unheimlich viel getan in der letzten zeit deswegen habe ich da kein video reingestellt aber habe schon ein paar stück im petto ich habe nämlich eine schöne reise gemacht nach in die schweiz nach ascona dann war ich am gardasee und zum schluss war ich noch in insbruck schön in der stadt und auf dem karwendel gebirge weiterhin hat sich viel getan nämlich ich habe verstärkung für mein team bekommen meine beiden söhne der adrian und der julian die wohl richtig mitmachen der adrian machte filmschnitt und der julian ist der stuntman werden wir sehen wie viel stanz da gibt ja dann habe ich noch neue technik neue technik und zwar habe ich mir einen gimbal geholt der gimbal ist richtig gut der stabilisiert nämlich die kamera dass sie nicht so wackelt beim laufen ich habe mir aber noch was anderes geholt nämlich eine drohne die mavic air die mavic pro war mir zu groß und zu schwer ich muss es ja alles auf dem berg rauf schleppen oder wo ich halt hingehe ja und deswegen habe ich mich für die drohne entschieden weiterhin gibt es einen neuen kanal der heißt visit nice places und den stelle ich euch unten in der beschreibung rein den link da könnt ihr dann vorbeischauen es gibt nämlich schon das erste video vom fellhorn leider ohne drohne und noch ohne gimbal aber trotzdem ich habe mich da richtig rein gehängt ja manchmal könnte man denken ich habe ein gimbal dabei gehabt war aber nur der handy stick ja trotzdem recht schön geworden der adrian hat es geschnitten und der julian hat dann noch keine stunts gemacht aber die kommen noch ganz bestimmt also ich sehe euch auf meinen neuen kanal bis dann bis dann bis dann